Wer ist denn hier Obsession da hinten? Also ich mach Todem. Das bist du. Ach nee. Wieso bin ich hier Obsession jetzt geworden? Wieso bin ich das nicht? Wieso bin ich mit Emily gespawnt? Und mit Lars, wenn ich das... Wenn ich als einfach gar mitnehme, dass ich nur mit einem spawnere. Und ich bin auf der anderen Seite mit Emily gespawnt. Oh. Ähm. Okay, er hat Range Addons, glaub ich. Da kann keiner mehr was sagen. Glaubst du? Hm, glaub ich. Warum spiel denn hier Nurse auf einmal? Okay, das ist krass. Ey man, die hat's auch an Borrow Times oder? Ne, hat sie nicht, hat sie nicht. Also ihre Range ist so hoch, dass man... Sie will mich. ...dass sie nicht mehr Tower Address sein muss. Und dann kann sie sich aber grabben. Vielleicht hat ja auch Monetan Abuse dabei, Big Brain. Alter, sie ist gut im Porten, ach nee. Wieso mal ein? Stell dir vor, Big Brain ist eine gute Nurse, alter. Boah, hat jeder diesen Skin? Und jeder... Ach, egal. Ich hab da echt einen neuen Skin. Ich hab da einen Item von der letzten Dörfer. Äh, kommt zu euch beiden. Ja, aber ich höre dir noch vorher. Ne, doch nicht, ne. Sie geht weiter... Sie geht woanders hin. Sie geht komplett woanders hin. Das ist so gruselig, wenn sie wieder gegen so ne Nerf spielen. Weil die könnte aber jederzeit direkt neben uns die reden. Ja, Digga. Weißt du nix, wie ich mich grad erschrocken hab. Ja, da hört man sie auch gar nicht. Das ist ja voll scheiße. Ich, ich, ich weiß was du meinst, alter. What the fuck? Sie ist nicht bei mir gewesen? Ja, so hat sie ja auch Lars gegrabt. So, normalerweise würd ich sagen, das sind einfach alle Snoops, die sich so graben lassen. Aber das war gerade übelst. Da wär ich auch gegrabt geworden. Ich kann nur vom Blut reden, dass ich nicht an der Stelle war wie von Lars. Oh, make your choice. Oh, mit Rage Addouts. Ich bin weg. Sie ist noch bei mir, also. Ich habe meinen Broken Key für Wallhack. Vielleicht kann ich sie ja sehen. Sie ist immer noch bei mir. Hey, sie ist gar nicht hier. Dann geh ich nach oben und mach den Gym. Und er verkackt den Skillshare. Vielleicht kommt er jetzt? Nein, sie ist noch bei mir. Ja, sie hat der Fatigue. Ich seh's. Wallhack. Mein Buki ist schon fast die Hälfte leer. Hey. Ich seh. Hey, wieso müssen wir denn gegen eine gute Nerf spielen? Der Gen bei mir ist auch 99 gewesen. Bekommung gesagt, że gewesen. Die ist aber nicht im Schrank drin, oder? Wie ne Pussy. Wer war nicht im Schrank drinne? Was? Oh, my make it choice. Sie ist gerade vorbei gegangen. Willst's retten? Ja, genau den meinte ich. Ich mach die mal weiter. Ja, sie brinkt jetzt. Er ist nicht außerhalb der Rangering. Make a choice, by the way. Dann geh ich nicht retten. Ich rette, nachdem ich den Gen hab. Das ist schlauer, weil... Ja. Also, ich will ja nicht zurückkommen. Dann können wir deine Zeit nutzen, wie du im langen Hang hast. Er ist bei Lars. Er ist bei Lars. Ja. Ich wollte sie grad outplayen, aber ich hab sie nicht outplayed. Ich hab einfach nur einen Hit getragen. Ich hab sie, by the way, auch gehead on wie ein Gott, alter. Ich fand sie wusste genau, dass sie in jedem Frank bin. Glücklich ist head on OP. Okay. Aber, ich schrei wieder wie ein Verrückter. Hier ist ein Gen, den lass ich stehen. Nein. Ich bin auf der Theke stehen geblieben. Warst du eine Table Dancerin? Oh, ich seh sie. Ey, wenn sie mich findet, ne? Ich bin dead. Sie hat wanted on nicht. Ich hab, by the way, off the record, also zieht sie nicht. Und hört auch nicht. Ach so, ach, das ist ja auch, dass man einen sieht. Deswegen ist das eine gute kommende Object of Obsession. Der hat sich genau dann weg teleportiert, bist du. Das hab ich perfekt gesehen. Ich heil mich selbst. Nee, komm. Oder willst du mich heilen? Ja, aber das ist weiter weg. Oh, wow. Sieht die mich dann überhaupt über Neu-Scoring? Was sehe ich, die Self-Strike? Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich hab Make Good Choice vom letzten Andro. Sie sieht dann ja nur dich, oder nicht? Kann sein. Off the record, ist das jetzt abgebrochen? Sie holt mich nicht, sie geht nicht. Nee, geht immer noch weiter. Ja, wegen deinem Self-Strike. Warum geht denn das noch weiter? Ja, weil das ist ja egal, der Teil war in dem Moment. Sag mal schnell, wenn du voll recovered bist. Ich will dich erst teilen, wenn du voll bist, weil sie hat Neu-Scoring-Safe. Oder wir haben gleichseitig, dann geht das viel schnell. Wo ist die denn gerade? Ja, komm, der ist über uns. Sie kommt. Nice. Ja, ich hab an Break-A-Build-Inacity-Flip-Flop. Ja, sieh mich direkt auf. Aber ich hab die Sidesstrike. Wenn ihr mich abfarmt, dann hab ich alles, um am Leben zu bleiben. Gut, dann fahren wir dich nicht ab. Ja, könnt nicht abfahren, wie Make Good Choice. Du versuchst schnell zu rennen, bevor sie weg ist. Ja, ich bin so mit Boots-Strike. Ja, ich bin so mit Boots-Strike. Ja, sie weiß, ob ich hier oben bin, okay. Obwohl, sie ist ja nicht weit genug weg, sie ist ja nicht weit genug weg. Obwohl, sie ist ja nicht weit genug weg, ja. Dann hab ich sie gerne reingebäldet wieder. Ja, nice. Oh, Boots-Strike. Hi. Leg mal zum Base. Ach nee, dann hab ich... Oh Gott. Warte, ich hab den Warleg. Mit Warleg sehe ich, dass sie... Ja, jetzt kommt glaub ich nicht zurück. Interessante Küsse. Ja, nicht einfach. Mein Key ist leer. Gut gemacht. Oh mein Gott, sie swingt da auch noch. Ja, 25 Sekunden hält das nur. Und das wird ja noch doppelt so schnell verbraut. Das ist so stark. Ähm, ich wollte ja sagen, ich bin... Sie nennen sie ihn, der Squadling hat CC euch. Also... Ja, ist gut. Oh, ich hasse nen Nurse, Alter. Holy shit, dass das drauf ist. Dass der Hit auch drauf ist. Ich hasse dieses Spiel. Ich muss, dass ich den Blick verkacken will. Oder halt mit Absicht kurz macht. Wann ist denn jetzt schon der Gen? Ah, so wenig fucken. Ja, sie hat den getreten. Ja, merk ich. Ich mach mal einen anderen Gen. Sie kommt nicht hoch. Sie kommt nicht hoch. Doch, oder? Doch. Doch, sie schaut zu uns. Ja, ja, ja. Sie hat erst da nicht hingeschaut, deswegen. Die geht retten, oder? Ne, sie geht extra weg vom Gen und vom Haken. Wegen Metal Choice. Ich wollte ja sagen, einer reicht dann hier bei mir. Soll ich? Machst du? Ja, wenn du Make-It-Chats haben willst, dann mach. Okay. Sie ist bei mir. Ich will sagen, ich heile und du rennst weg. Ja, er hat... We will make it, also. Er hat sich nicht heilen können. Oh! Ja, deswegen rennst du auch. Ja, okay, jetzt könntest du's. Och, Mann. Als ob ich so viel Pech hab. Ich kann mein Dings, mein Middick nicht benutzen. Ich kann Flink nicht benutzen. Alter. Ja. 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 Die hat mich. Oh Gott. Ich bin hier voll reingerannt. Ich bin gerade nebenbei. Ich bin genau neben mir. Ich bin genau neben mir. Ja, das... Das Problem ist einfach... Oh, ich bin genau neben mir. Ich bin tot. Jetzt hat sie... Jetzt hat sie ihren vierten Token. Yeah. Du hast schon dead on hook? Ja. Oh, ich wurde gesehen. Hm. Ich bin schon tot. Ja, ich hab grad... Ey, aber du hast sogar nie gesagt. Das bin für ihr. Schau, kipps. Jaaa... Emily will dich abschneiden, by the way. Ich habe Gottpolette verschwende. Wie kann ich nur? Gegen den Nurse, das ist... Die Tannik. Oh. Ich bin eben hier reingerannt. Ich bin eben hier reingerannt. Deswegen hat man sich nicht abschneiden, I guess. Och, man. Mein Unbrand-Royal-Key ist schon leer. Hätte ich die noch gehabt, dann wäre ich jetzt nicht mehr reingerannt. Ja, wenn ihr mich jetzt rettet, kannst du die morieren, ne? Ja, außer wir hängen dich nach und ab. Ja. Aber sie debiert sich jetzt sofort. Damit sie so schnell wie mich mal retten können. Ja. Ja, die ist bei mir in der Nähe. Was auch immer. Ja, ich hab die Sizerstrike... Also wenn ich in den Schrank reinge, bin ich safe. Aber nicht, wenn ich am Boden liege. Auch wenn ich an Burger will. Wegen Morin. Wo könnte... Ich glaube, ich weiß, wo ihr Totem ist. Dann geh... Du musst einfach mal aus ihrer Sicht denken. Wo teleportierst du dich direkt hin, nachdem du jemanden aufgangen hast. Ich wollte gerade sagen, deswegen bin ich auch extra hier im Schrank geblieben. Big Brain. Ich hab's, ich hab's. Oh, ich glaube, sie teleportiert sie aber dann zu dir. Ja. Scheiße. Ja, genau da, wo ich... Ja. Wuuu. Jetzt ist das, Mori. Denkst du das Reichen davon kaputt zu machen? Ne, ne? Nein, nein. Ich wollte jetzt sagen, geh doch nie mehr weg, sonst geht Luca jetzt. Ja, ja. Wie sich die Nurse jetzt so umguckt. Waren nicht grad ne Claudette hier? Wie sie sich... Okay, okay. Ich rennt hin und geh wieder weg. Okay, ich geh dann auch. Hm, wo geh ich hin? Wenn ich die Claudette wäre, würde ich dahin gründen. Vielleicht hinter dem Kaktus, ne? Hinter dem Stein. Bei ihrem Busch. Das ist die Claudette, ne. Hm, wo ist sie denn? Wurde jetzt nicht grad, die sucht mich nur. Ja, die ist panic, weil du das Totem gesehen hast. Hm, vielleicht da. Vielleicht hier in der Palette drin. Vielleicht ist sie die Palette. Ach so, ist sie eben noch am Totem, oder was? Wollte ich sagen, ist sie eben noch am Totem gewesen, oder was? Da oben ist die. Nevermind. Kann mein Blut schon bitte weggehen? Ja. Und jetzt muss ich hoffen, dass ich leise genug bin im Schrank. Die kämpft, glaub ich. Ähm. Sie hat mich gesehen, deswegen. Oh. Okay, dann geh ich zum Totem. Hey, ich bin sehr Key-User. Wenn du genug durchhältst. Der Hilt war nicht mal drauf, by the way. Ja, okay. Leider nicht. Ja, also die Key liegt hier noch um. Ja, ich warte, ich mach das gut und kaputt. Dann kann sie dich während der Mori-Animation... Vielleicht bitte ich aber Stop einfach. Also das ist so geil, Alter. Es wird so funny. Du bist einfach erstickt worden und dann auf einmal alles easy-peasy. Wohl eigentlich keinen Sinn, dass ich das kaputt gemacht habe, weil... Jetzt weiß ich, wo ich bin. Aber hey, jetzt lass mal in den Schrank rein. Und wenn sie... Stimmt, die Luke, ne? Ich kann sie ja schließen. Ja, die Medi... Ich hole dir einen Schlüssel. Ja. Hol dir für einen Schlüssel. Ich schaffst du eh nicht mit den Ausgängen. Ach, ich hab die Medi gesagt. Und ich kann sie bei... Links, 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 links. Ja, aber okay. Ungesch�end hier. Nein, noch weiter rechts. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter, nicht so weit weg. Stop, stop, bleib stehen. Bleib stehen, Alien. Stopp, ja, jetzt drehst du dich erstmal so, dass du nach vorne guckst. Ja, und da genau in die Richtung. Ganz langsam, im Gras irgendwo, vorsichtig. Nicht so weit hinten, nicht so weit hinten, nicht so weit hinten. Quasi direkt. Stopp, nicht so, oh mein Gott. Ja, nein. Oh mein Gott, da liegt der Leidkettner. So, und wo war die? Ich glaube, hier rechts irgendwo. Der Killer ist ja hier irgendwo in die Richtung, genau. Ja, musst dich beeilen, ne? Ja, ne, reicht ja noch, das ist eine Minute. Ich hätte nur hoffen, dass die hier irgendwo ist. Ich wollte sagen, schau mal auf die Straße links. Auf der Straße war sie doch, oder? Auf der Straße. Hä? Ja, das war sie, glaube ich nicht. Okay. Ich sollte lieber gucken. Ah, ich sollte lieber gucken, glaube ich. Ah, da. Okay, war es jetzt, lass mal gucken. Ja, sag ich doch. Ja, da war es, schau. Ja. Oh, endlich. Ich jetzt erst mal Time in den Feuerstehen. Ja, ich Paul ziehe sie einfach auf dich und du hörst sie nicht. Ja, gut, du rennt, hier willst es passieren, aber... ... wie mit dem Feuer. Ich stelle vor, du wirst sterben in der Sprunganimation. Sprunganimation. Ja, stimmt, das kann wirklich passieren, ich leute es vielleicht nicht so ganz. Wollte auch kommen. Ja, ich... Ich kriege dich nicht immer wieder. Ä task sa Kabinen. Aber ich ammunition habe alle Teile.